Bei mir erfahren Sie Wichtiges und Wissenswertes zum Thema Kommunikation. Wie Sie also besser ankommen, wie Sie Ihre Botschaften besser anbringen, denn genau darum geht es ja eigentlich beim guten Kommunizieren. Wie funktioniert das? Ich habe einen Werkzeugkoffer für Sie zusammengestellt, vollgepackt mit Tools, also mit Werkzeugen, die Sie zum besseren Kommunikator machen. Da geht es um kurze und klare und prägnante Aussagen. Wie kommt man zu denen? Da geht es um bildhafte Sprache. Da geht es um Emotionen. Was brauchen Sie, um besser zu kommunizieren? Sie erfahren es bei mir. Ich freue mich über Ihr Interesse.